So. Meine Fresse. Das Einsatzschild ist natürlich ne nette Sache. Wat? Bei mir hilft das Einsatzschild immer nicht, ne? Ich erinnere mich. Ich kann das zwar nehmen, aber irgendwie so richtig... ...so richtig geil ist es nicht. Ja, dann. Ups. Nein, nicht da... ...nicht an die Seite! Mach doch das ordentlich! Äh, du könntest mir ruhig ein bisschen zur Hand gehen. So. Okay, ich mach echt kalt. Boah. Boah. Mann, die können echt was ab. Oh, Benninger! Okay. Nein, Mann, 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 Mann. Hier ist was los, ey. Wo ist denn hier der Typ? Ach, da oben. Wo ist denn hier der Typ? Ach, da oben. Das ist meins. Ach, ja. Ach, ja. Ja, gut. Ja, los! Und da würdest du jetzt gegen die Sniper vorgehen, oder was? Wo schießt du denn hin? Ach, da oben. Dann werfen wir mal die Renate drauf. Oh Gott, jetzt sind das viele Sniper. Meine Fresse. Voll vergessen. Kann man voll vergessen. Okay. Tja. So einfach geht das, Jungs. Ne? Nein. Och, ja. Eine blöde Aktion nach der anderen da. Ich werd noch mal verrückt. Wir springen da hoch. Der ganze Turm da hinten ist voll mit den... Mistviechern. Es ist echt so schwierig eine Leiter hochzuklettern. Nathan Drake. Also für jemanden, der so viel Free Climbing macht. Und jetzt wirst du dich da wieder nicht... Oh, ich rege mich auf am Wochenende. Tja. 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 Das ist voll so. Hat sie den gleichen Tipp bekommen wie ich jetzt gerade, ne? Na, wie kommt man da hoch? Hier vielleicht. Ach du Scheiße. Na. Wieder rüber. Ja, sieht gut aus. Hier sind tatsächlich sogar mehrere. Bitte. Und wo kommt der denn? Da. Das gefällt euch nicht, ne? Wenn ihr jetzt auch mal einen Sniper gegen euch habt. Das ist der nächste Sniper. Hier. Gut. Die hätten wir. Wo sind die Nächsten? Da ist einer. Tja, vielleicht solltest du zuerst laufen und ich gebe dir Deckung. Ich weiß ja nicht, ob ich das wirklich will. Komm, ich lasse dich hier liegen. Und zur Not kann ich nochmal wieder zurückrennen und die Dragunov holen. Beziehungsweise das Dragon-Präzisionsgewehr. Ist ja wahrscheinlich eine Dragunov mitgemalt, denke ich an. Guck mal. Guck mal, das ist ja eigentlich so nützlich. Bin ich wohl? Bin ich wohl? Bin ich wohl? Ja, klar. Klar. Immer zweimal, immer als zweimal. So, komm her, hier. Hey. Hä? Das geht doch da rüber. Oh, dieses Spiel macht mich echt fertig, ne? Es macht mich echt fertig. Also, und nochmal rüber. Rüber. Hoch. Hoch. So. Ja, warum? Ach so, okay. Aufklettern. Ich dachte, ich muss mich da schwingen. Komm, und hoch. Hol' mir ab, hol' mir ab. Immer ein cooler Spruch, ne? Schon immer irgendwas parat. Okay. Komm, gib mir eine Hand. Na dann. Nicht langs Nacken, ne? Ist das auch wirklich wahr. Ja. Schätzlein. Get back. Get back from where we don't belong. Lazarvitch. Hässlich wie eh und je. Okay, Freunde. Ich weiß nicht, sie müssen sie dort behalten. Oh nein. Oh nein. Ein Tempel-Moment. Ach, das wird doch wieder stressig. Ja. Die ich sag ja. Ich hätte jetzt gerne noch die Dragunov. Ach, da. Da ist das, ein kleines Vöglein. Und da hinten auch noch eins. Lauter kleine Vögel. Lauter kleine Pieknütze. Königreich für eine Steinschleuder. Okay. Oh. Wo seid ihr denn noch? Ihr Kleinen? Ah, da hinten sind noch so ein paar Wieselchen. Ein paar Wieselanden. Ein paar von Lazar... Lazarovics Wieselanden. Take cover. Sagt er zu uns? Oder er zu sich selbst? Oder? Wie darf ich das verstehen? Ups. Das werden wir sehen. Diesen Arsch da, den möchte ich mir krallen. Seine Waffe möchte ich... Alter. Ports. Ja, super. Die Waffe möchte ich haben. Und nochmal das Ganze. In die Nüsse. So. Na. Stirb mal. Das ist einer. Das ist einer. Und wieder... Da.